So, das war's dann wohl, ne? Verdammt, noch eine Minute, dann gehört die Barbie mir. 6 Euro und Enter. Ja, ich bin die Höchstbietende. Freu dich nicht zu früh. Mist, überboten. So, 13 Euro. Wollen wir mal sehen. Was soll das denn jetzt? Nimm das! Scheiße, schon wieder überboten. So, 100 Euro. 3, 2, 1... Ja, gewonnen! Oh, Mist, überboten. Gewonnen, 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 gewonnen. Schon gut, aber um 4.17 Uhr ist die J-Lo-CD dran. Da krieg ich dich. Wollen wir mal sehen. Mein Wecker hab ich schon gestellt. Ja, ich auch.